Jo, ganz genau so sieht es aus, was ihr lest. Die kleine Limit Edition, oder was heißt klein oder besonders viel ist ja nicht drin, von Stranger of Paradise haben wir organisiert direkt aus Japan. Da hat diese ja mal wieder nicht garten Europa oder schweige denn irgendwie einen Score bei uns. Da habe ich mir lieber Umwege jetzt mal organisiert. Und ja, ich finde das Spiel besser als manch andere. Die Grafik ist natürlich die Tonne, das ist halt klar, aber wie gesagt, das Spiel macht vieles auch richtig. Es war auf jeden Fall gut. Kein Meisterwerk, aber es war gut. Gucken wir mal rein. Auf jeden Fall mal vernünftig verpackt in den Körpern. So, jetzt haben wir hier. Jetzt weiß ich natürlich nicht, oder? Was ist das von diesen komischen Schnellheftern? So einer von diesen Schnellheftern, wo es da gibt. Weil die haben manchmal schon so komische Dinger gehabt. Gucken wir mal, was das hier ist. Ja, das sieht so aus. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was sowas hier immer ist. Was man da rein tun soll, oder was diese Dinger hier immer sind manchmal. So Sachen habe ich schon öfter jetzt gesehen in Editionen. Meistens sind das dann irgendwelche, die in A4 Schnellhefter da irgendwas umschlaggedönst. Wie gesagt, keine Ahnung, was das auch ist. Das ist die Stranger of Paradise Final Fantasy Origin Collector's Edition. So sieht sie aus. Dann gucken wir mal rein. Wie gesagt, die Edition hier, die gewinnt eigentlich nur im Japan Store. Und weil das ja leider nicht möglich ist, für uns so einfacher zu bestellen, ist das halt so. So, das braucht man nicht. Aber wird trotzdem nicht weggeschmissen. Natürlich nicht. So, wie ist das hier jetzt verpackt. Aha, hier. Also das hier ist nur Papperdeckel. Das hier ist die Schallplatte, glaube ich. Ja. Da ist noch die Schallplatte dabei und auf jeden Fall mit ein paar Lidern. Zehn Stück. Wird natürlich nicht der komplette sein, aber Schallplatten sind ja in letzter Zeit auch immer wieder mal in Editionen mit drin. Gut, bin ich jetzt, war ich jetzt kein großer Fan von. Und ich schätze mal, dass, ja genau. Hiermit kann man die dann noch schön hinstellen, die Schallplatte. Finde ich gar nicht mal verkehrt. Auch war bei Nino Kuni 2 damals, glaube ich, nicht dabei. Ja, hier ist natürlich dann jetzt PS4 Version aus Japan drin. Falls jemand sich das Video anguckt, will irgendjemand die japanische Version haben, dann tue ich es bei mir vielleicht verlosen. Ich bezweifle ja, dass hier deutsche Texte mit dabei sind. Oder englische, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Und so. Was haben wir noch? Mal hier rein. Mein T-Shirt ist, glaube ich, auch noch dabei. Ja, das ist hier. Natürlich für die Frage, was das für eine Größe das hier ist. Ja, meistens kommen diese T-Shirts aus den japanischen Editionen. Und diese Kindergrößen. So F oder irgendwie sowas. So. Fries heißt, ja. Schön. Toll. Das war jetzt genauso viel wie vorher. Sieht auf jeden Fall gar nicht so schlecht aus. Ist halt bekannt, ne. So. Wie das immer passt. Hm. Geht knapp. T-Shirt. Gucken wir mal, ob man da wieder einen Karton rein machen oder ob man da hinten hängt, wo ich die anderen alle hängen hab. Schauen wir mal. Aber wissen wir, es ist ja auch noch dabei. So. Einmal ein Skriptbuch. Je nach bloß alles. Hat mehr Skript als man schon mal in Drehendingen. Kann man sich ja gar nicht vorstellen, ne. Wird wahrscheinlich eher als in Japan nicht sein. Ach du grüne, ne. Ja, dann viel Spaß beim Übersetzen. Hat ja wenigstens in Englisch wäre. Aber gut, wenn es die Edition eh nur in Japan gibt. Ist halt schon klar. Aber schick aussehen tut er trotzdem. Und dann haben wir hier noch ein Artbook. Nicht das aller dickste und größte. Aber Hardcover. Ungefähr so groß wie das von, äh, her wie bei Nintendo immer. Hardbook sind immer schick. Wenn sie größer sind wie das Spiel. Leider hat das Spiel echt eine Grafik. Da muss man sich dran gewöhnen. Ja. Dann war das jetzt auch die Collector's Edition. Die es ja bei uns natürlich wieder nicht gibt. Geben wird. Ja. Dann. Bis demnächst. Dann. Ja.